Diese Minikamera bietet jede Menge Funktionen wie eine PC-Programmierung, eine Zeitplansteuerung, eine Bewegungsaktivierung, eine Geräuschaktivierung und eine unsichtbare Nachtsicht. Sie sehen nun das Originalbild der Kamera am Tag und jetzt ein Beispiel für das Videobild in der Dunkelheit. Sie sehen einen komplett dunklen Raum mit etwa 6 Metern Länge. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de www.alarm.de